Hallo liebe Dino-Freunde, heute mal ein ganz spontanes Paket-Unboxing. Ich habe gerade Post aus den USA bekommen und habe mir gedacht, ich setze mich jetzt mal hier fix hinter die Kamera und zeige euch, was hier drin steckt. Ich hatte ursprünglich etwas ganz, ganz anderes bestellt. Das kam auch an und der Verkäufer hat mir etwas Falsches geschickt. Und ja, ich habe ihn über eBay angeschrieben und er hat mir gesagt, okay, kein Problem, du kriegst dein Geld zurück oder ich schicke dir was anderes, weil er es verwechselt hatte. Und in dem Fall habe ich mich für andere Figuren entschieden und die sind jetzt hier drin. Deswegen gucken wir jetzt mal rein, was sich hier drin befindet. Die Box ist leider etwas, naja, etwas eigenartig hier in der Verpackung. Ich hoffe, dass der Inhalt hier noch komplett heile und ganz ist. Deswegen schneiden wir das Ganze jetzt mal auf. Uh, hier leuchtet schon das erste raus. So, okay, also hier das erste Figürchen. Ja, hierbei handelt es sich nämlich um eine sehr schöne Vintage-Figur. Dabei handelt es sich nämlich um den Paradynonicus aus der Carmo Extreme Serie. Ich hatte ja im... Uh, der macht sogar Geräusche. Ich habe dieses Figürchen noch nie in der Hand gehabt. Das ist also auch mein absolutes Highlight hier. Sehr, sehr cool. Und diese Figur hatte der Verkäufer eben unter anderem im Angebot und hat mir das als Alternative angeboten. Und ich sehe gerade, dass diese Figur ein Action-Feature hat. Uh, wie funktioniert das? Ah, man kann hier die Arme nach vorne strecken. Und wenn man die dieser nach unten drückt oder nach oben... Ah, nach oben. Dann macht er sein Maul auf bzw. zieht den Kopf nach hinten. Das Ganze ist hier aus einem flexiblen Gummi hergestellt. Der Zustand von der Figur sieht eigentlich auch ziemlich gut aus. Wir haben hier nur sehr wenig Farbabrieb. Also ein super tolles Teil, muss ich sagen. Dafür, dass ich hier einen relativ günstigen Preis im Prinzip jetzt bekommen habe dafür. Das elektronische Action-Feature funktioniert natürlich jetzt nicht ganz so gut, weil die Batterien wahrscheinlich einfach leer sind. Aber trotzdem eine sehr, sehr coole Figur. Ja, das ist mittlerweile jetzt meine dritte Figur aus der Chaos Effect Serie. Ja, sehr, sehr cool. So, hier nochmal GP54 und hier unten dieses Symbol für die Chaos Effect Serie. Ach, das ist ein sehr, sehr cooles Teil. Wir schauen mal, was hier noch drin ist. Wir haben hier... Gucken erstmal hier. Was haben wir hier drin? Uh, alles gut verpackt. Das hat der Verkäufer wirklich super gemacht. Uh, meine Augen glänzen. Eine weitere Figur aus der Chaos Effect Serie. Ein schöner Raptor. Oh, der sieht so cool aus. Ein echt cooles Viech. Ah, der hat sogar ein Action-Feature hier. Ihr könnt das... Man kann hier den vorderen Arm oder den... Ah, hier. Sehr cool. Ich wusste gar nicht, dass das elektronische Dinosaurier sind. Sehr, sehr cool. Und der Zustand ist auch ziemlich gut. Wir haben hier kaum Farbabrieb. Sowohl an den... Am Kopf als auch an den Clown. Das sieht richtig gut aus. Also, der Zustand ist echt nicht schlecht. Bei diesem Raptor handelt es sich um den Velociraptor-Rex. Das ist quasi auch ein Hybride für alle, ja, Jurassic-World-Kritiker nochmal. Denn das sind übrigens schon die ersten Hybrid-Dinosaurier von Kenner damals gewesen, die sich Kenner ausgedacht hat. Und also mit anderen Worten, diese Hybrid-Geschichte ist nichts Neues. Ja, weil sich immer viele über die Jurassic-World-Hybriden in Dominos und Co. aufregen. Deswegen, ich finde die sehr, sehr cool. Der Velociraptor-Rex ist eine Mischung aus dem Velociraptor und dem Archi-Optor-Rex. Also quasi beides Raptoren-ähnliche Tiere. Ach, sieht der nicht cool aus. Ich finde, der sieht total scharf aus. Und der hat hier sogar einen beweglichen, beziehungsweise einen gummiartigen Schwanz. Auch hier die Federn oder diese Federvortsätze an den Clown sind ebenfalls. So gummiartig, sehr, sehr cool. Der Velociraptor-Rex und dieser besteht übrigens aus dem Parasaurolophus und einem Raptor. Beziehungsweise einem Danone-Schuss. Übrigens hat er hier eine Battle-Damage-Beschädigung hinten dran. Hab ich ganz vergessen. Wir stellen ihn mal etwas weiter hinter. Gucken wir mal rein, was sich hier noch drin befindet. Hier haben wir ebenfalls ein eingepacktes Tierchen. Und was sehen wir hier? Schon wieder grelle Farben. Das deutet doch ebenfalls auf einen Dinosaurier aus dieser Toyline hin. Nämlich ebenfalls ein... Okay, der ist etwas stärker bespielt, sehe ich gerade. Hier gibt es etwas mehr Farbabrieb. Aber auch diese Figur gehört zu dieser Serie dazu. In dem Fall soll das der Tyrannonops-Hai sein. Ein crazy Name. Und zwar ist es die Mischung aus dem Tyrannosaurus und dem Lycianops. Im Prinzip ist das eigentlich nur ein Repaint gewesen von einer Figur, die es bereits schon 93 gab. Aber hier hat man ihn sozusagen nochmal wiederverwendet. Also nicht nur Mattel hat die Figuren recycelt, sondern eben auch schon Kenner. Soviel dazu. Und jetzt haben wir hier noch... Die letzte Figur aus diesem Set. Und in dem Fall handelt es sich hierbei um diese Figur. Nämlich ebenfalls eine weitere Figur aus der Chaos-Effekt-Serie. Boah, der sieht ziemlich cool aus. Das sind alles Figuren aus dieser Chaos-Effekt-Serie. Die es übrigens bei uns in Deutschland meines Erachtens nach nicht gab. Also die gab es ausschließlich in den USA. Bei dieser Figur handelt es sich um den Amarga Spinos. Das ist quasi ebenfalls ein Hybride aus dem Amargasaurus und dem Spinosaurus. Jetzt muss ich jetzt mal gucken, wie hier das Action-Feature funktioniert. Ah, hier. Wenn wir das Bein hinten hochziehen. Also er macht hier die Feder nach oben. Und dann wird auch das Maul geöffnet. Sehr, sehr cool. Ebenfalls wird hier dieser Kragen aufgestellt. Ja, liebe Dino-Freunde. Das war also hier das kurze Unboxing zu meiner Chaos-Effekt-Serie. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr von diesen krassen Hybriden haltet. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Dein Ressau ist Toys & Merchandise. Und in dem Fall Vintage-Figuren. Macht's gut. Euer Dino Nutt. Tschüss.